Ben! Ben! Was machst du denn hier? Ich war gerade... Woher wusstest du, dass ich hier bin? Ich finde dich doch überall. Egal, wo du bist. Musik 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 Ich liebe dich, Ben. Ich liebe dich auch. Halt mich fest. Und genug. Danke für die Mitarbeit. Das gibt's doch nicht. Wie oft hast du jetzt gewonnen? Doch, keine Ahnung, frag Eva. Ich hab nicht mehr mitgezählt. Achtmal hintereinander. Das ist immer so, wenn man mit ihm Karten spielt. Was ist denn da? Und die guten Karten her? Er ist Chemiker. Vielleicht hat er die passende Formel gefunden. Ich würde sagen, er hat einfach nur Glück. Was du nicht sagst, davon hat er immer schon mehr als... Mehr als Verstand, ne? Das wolltest du doch sagen. Das will ich doch nie barken. Brüder unter sich. Hörst du den Kuckuck? Das heißt, er kann die Zukunft voraussagen. Du musst hören, wie oft er ruft und dann weißt du, wie alt du wirst. Ja, der Kerl ruft schon eine ganze Weile. Ich glaube, ich hab noch ein paar Jahre vor dir. Aber alt werden allein ist auch nicht alles. Nein. Allein alt werden aber auch nicht. Hey. Kuckuck. Wie viel Zeit haben wir noch gemeinsam? Du musst los. Ja. Mein Handy hat mich gerade an einen Termin erinnert. Okay. Ich bring dich noch ins Gutes aus. Ich hab's versucht. Ich hab's wirklich versucht, unnötig zu sein. Aber ich schaff es nicht. Ich kann's nicht. Ich will's auch gar nicht. Ich weiß. Mir geht's genauso, Ben. Ich wünsch, das könnte immer so sein. Aber im Moment ist das ein Traum, ne? Ja, ich weiß. Am liebsten würde ich jeden Augenblick mit dir für immer festhalten. Aber, aber jetzt ist wieder Alltag. Ja, eine kleine Auszeit wäre jetzt schön. Hm? Aber wie du sagst, im Moment ist Alltag. Ich will's put anything. terribly, großartig ist fight. Ich will's put. Ich will's put. Jetzt hör mal. Untertitelung des ZDF, 2020